Und hier mal was, was ich noch nicht auf diesem Gerät machen konnte und auf meinem Kanal. Schon auf Android rausgekommen. Das Castle Crush. Und schon spiele ich es. Ich mag es nicht, wenn man nicht wegkommt. Ich habe einen entscheidenden Vorteil. Wir haben die Taktik. Sie sehen, die Bombe ist wegfall. Not again. Ich will unbedingt den schwarzen Ritter haben. Oh je. Ich hasse den Enika. Ich habe ihn nicht weg. Ich habe ihn nicht weg. Aber ich habe ihn nicht weg. Ich habe ihn nicht weg. Ich habe meine erste Goldkiste bekommen. Also ich habe schon gespielt, wie ihr es sehen könnt. Und ich liebe dieses Spiel. Das sage ich ganz oft von mir heraus. Wir machen jetzt ganz kurz ein Chest-Opening draus, gleich ein bisschen Karten öffnen. Es war wahrscheinlich damit meine Juwelen, aber das muss man manchmal auch machen. Wow, zweimal hintereinander wohnen. Das ist der Pirate Level 2. Zweck Level 4. Der Golem ist nervig. Weil der viele, viele, viele Leben hat. Ich will den irgendwie Nein nehmen, aber der ist einfach viel zu teuer. Das muss ich halt so machen. Oh, nur noch eine Erfahrung. Dann habe ich es. Das mache ich doch gleich mal. Dann kann ich nämlich gleich meinen Clan erstellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann beitreten. Zumindest wenn es nicht zu teuer ist, erstelle ich es. Erstellen! Offen. Oh, warte. Was? 1.000 Münzen? Oh, nee. Dann erinnert mich vielleicht jemand im Chat mal, dass ich unbedingt sparen sollte auf 1.000 Münzen, dass ich hier einen Clan erstellen kann. Oder ich drehe einfach irgendeinen bei. So wie ich es oft mache. Oh nein! Ein Filler! Ja! 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 Das ist großartig. Herr, wie du ihn mir trabajando schon, warum du ihn mir am毛esst! Die Sperr-Kongebung! Äh, ich habe wie er auf dem Schock. Jetzt ist es ihm. Okay, zweimal nah, das ist gut. Oh, der hat ein richtig tolles Dickensband. Mir reicht es voll. Oh, der hat ein richtig tolles Dickensband. Das darf nicht sein. Aber ich tue es. Oh Gott. Ich sage einfach gar nichts mehr. Naja. Ich tue jetzt einfach mal einen bei und dann kann man ja immer noch wechseln. Man kann natürlich dann auch beitreten. Ich suche jetzt extra mal irgendwas mit Dragon. Also wir gucken, ob treten wir Black Dragons oder Dragons dabei. Okay. 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 Ich werde einfach Zinuascher glaube ich. Ich mache mir Zinuasch-Dick. Wir haben leider auch nur noch Zeit für einen Kampf, was ich sehr schade finde und bedauere. Ich bin bescheuert, ich weiß, aber manchmal muss man halt bescheuertes Sachen machen, wenn man was tut. Und vorbei. Ich bin vorbei. Ich spiele. Okay. 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 Gut, dann ist die Frage auch schon mal geklärt. Und wir sehen uns in der nächsten Lüge. Oh, ne 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 okay, wird doch noch einer. Das ging schnell als erwartet. Also der Nahe ist ziemlich abschließend. Ehe, gerade Feuer, jetzt schon wieder Pflanze. Geil. Und ich schreibe die Pflanze. Und ich schreibe die Pflanze. Oh, ich mag die Emojis. Oder wie haben wir die Dinger, die sind hier drin. Ja, das ist der Shop. Ich gucke einfach mal, ob es etwas Neues gibt. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe mich nämlich die ganze Zeit eigentlich nicht darüber informiert, aber auch am Ende. Naja. Oh je, fast aber. Was? Ich hasse dich, Junge. Ganz ehrlich, du gehst mir so oft den Senkel. Okay. Als ob. Un... ... war. Un... Ü- ... Was weiß ich, ich habe jetzt einen Antiwarche. Warte. Wurde es hier auch nicht. Oh, blöd jetzt kommt noch einen Golem. Ich hab keinen Bock. Keinen Bock, sag ich. Alter, hätte ich jetzt diesen Seelentyp. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschu.